Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und nach einer etwas längeren Pause melde ich mich auch mal wieder zurück. Keine Sorge, ich bin nicht weg, ich bin auch da. Nur habe ich in der letzten Zeit nicht ganz so regelmäßig FIFA und insbesondere Weekend League auch gespielt, wie man auch an diesem Ergebnis hier sieht. Die letzte Weekend League, die ich gespielt habe, war Silber 1. Das heißt, ich habe einfach nur bis zu den 11 Siegen gespielt, damit ich dann demnächst auch mal mich wieder anmelden kann für die Weekend League. Die letzte Weekend League habe ich gar nicht gespielt, denn da war ich beim Finale von der Virtual Bundesliga Club Championship in Köln, habe dort vor Ort kommentiert und habe dann auch einfach die Weekend League nicht gespielt. Die davor, das war dann die Silber 1 Weekend League. Da wollte ich vielleicht auch mehr spielen, aber ich hatte dann irgendwie zwei Disconnects relativ zeitnah. Auch einer der Gründe, warum ich zuletzt nicht so regelmäßig die Weekend League spiele, weil, ich erwähne es immer wieder, ich habe irgendwie doch technische Probleme und dann waren es wirklich einfach straight up zwei Disconnects und dann habe ich einfach bei 11 Siegen gesagt, Feierabend, mache ich nicht weiter. Die Weekend League davor war Gold 1, wenn ich mich nicht täusche und dazu noch weitere Player Picks, die gekommen sind und das ist auch, womit ich hier einsteigen möchte. Nämlich, wir müssen mal ein bisschen meinen Account mal aufräumen, denn da hat sich einiges angesammelt in der letzten Zeit. Hier gibt es zumindest einen Player Pick und auch ein paar Münzen und so weiter und das meine ich. Jetzt habe ich nämlich von zwei Weekend League, ne, doch, von zwei Weekend Leagues die Player Picks nicht gezeigt. Das war Gold 1 und Silber 1 oder vielleicht sogar von drei, bin mir nicht ganz sicher. Und dazu auch noch Weekend League Plus gab es vielleicht sogar auch zweimal. Also dadurch gibt es jetzt hier einige Player Picks, die ich aufmachen möchte und das wird es auch in dieser Folge sein. Nicht nur die Player Picks, sondern auch noch Packs. Ich möchte ein paar Packs aufmachen, haben sich nämlich auch einige angespart und ich werde nebenbei ein bisschen was erzählen, ein bisschen quatschen, was so los ist und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was hinter welchem Player Pick und wo genau dahinter stecken kann, aber wir werden uns einfach überraschen lassen. Alexis Sanchez mit einem Inform, der 83 bewertet ist. Das ist höchst gerade irritierend, muss ich sagen. Das sieht wirklich sehr, sehr irritierend aus. Ich gucke gerade noch, was der Kollege hier kann, aber wir nehmen mal den Alexis Sanchez. Also das ist irgendwie verstörend, auch ein bisschen verstörend, wenn man sich mal so an vergangene Phasen und Zeiten zurückerinnert. Ich fange mal erstmal mit den kleineren an, diese 1 von 3 Dingern. Und wir bekommen den Jesus Navas, ein 86er Inform, beziehungsweise ein 86 gewerteter Spieler, ist immer gut für SBCs. Dazu dann jetzt hier noch Leibold. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, den mitzunehmen. Und jetzt haben wir noch die drei anderen. Irgendwo in irgendeinem dieser Playpicks kann ein Goretzka oder sowas sein. Ansonsten weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, ob da irgendwo gute Spieler dabei sein können. Kampel haben wir am Start. Und dann zeige ich euch gleich mal, was wir so auch noch an Packs haben. Ich weiß noch nicht, ob ich die alle hier aufmachen werde. Aber einen gewissen Teil. Einen gewissen Teil. So, das sind jetzt das Letzte. Und wir bekommen nochmal einen 86. Den kenne ich gar nicht. Coop Miners. Das wird wahrscheinlich auch sein dritter Inform wahrscheinlich schon sein, wenn man so einen etwas unbekannteren Spieler auf einmal mit einer 86 sieht. Ja, also vom Rating her. Man bekommt inzwischen doch regelmäßig immer schon 86er auch. Die man dann, wie gesagt, gut für SBCs verwenden kann. So, jetzt kommen wir mal zurück. Und jetzt sehen wir mal gerade, was hier los ist. Denn ich habe 46 Packs angesammelt. Da hat sich wirklich einiges angestaut. Viele, viele kleinere Sachen auch. Aber dann auch natürlich dann teilweise mal auch ein 100k Pack. Zwei Stück Megapacks. Sehr, sehr viele. Und dann auch nochmal zwei ultimative Packs. Das waren dann diese gegifteten Sachen jetzt zu Food Birthday. Und dann hinten sehr, sehr kleine Dinger. Mit denen fange ich jetzt auch mal gerade an. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich jetzt... Ich rede einfach nochmal ein bisschen so weiter. Und irgendwann wird mir der Gesprächsstoff ausgehen. Und dann werde ich dann einfach die besten Packs euch zusammen cutten. Ja, also wirklich der Hauptgrund ist, würde ich fast sagen, dass ich jetzt zurzeit nicht so regelmäßig dann auch Weekend League gespielt habe. Und da möchte ich mir auch kurz entschuldigen, dass jetzt so lange keine Videos gekommen sind. Weil ich habe einfach nicht einen guten Grund gesehen. Beispielsweise jetzt dann ein Video... Oh, das ist ungünstig. Der wird nämlich... Ja, okay, okay, okay. Okay, da müssen wir die abstoßen. Da müssen wir mal aufpassen. Dann mache ich vielleicht auch nochmal die nächste, diese 81 Plus SPC, um dann auch diese untradable Sachen dann da zu vermeiden. So, jetzt habe ich die gemacht. Okay, dann gehen wir einfach mal ganz kurz hier in das. Das ist natürlich auch Crap. Und ja, also ich habe diese eine Weekend League, glaube ich, Gold 1 gespielt. Und dann wusste ich nicht, spiele ich überhaupt die nächste Weekend League. Hatte mich angemeldet. Habe dann auch erst am Samstag oder sowas angefangen. Und das war dann die Weekend League, wo ich dann zweimal ein Disconnect bekommen habe. Und da war mir halt klar, ich war schon vorher unsicher, ob ich die Weekend League überhaupt spielen werde, ob ich überhaupt anfangen werde. Und dann möchte ich da auch nicht mich hinsetzen, an einem Freitag, an einem Samstag eine Folge aufzeichnen und irgendwie nichts Neues präsentieren, kein neues Team zeigen und auch irgendwie selber irgendwie für mich unklar ist, ob ich die Weekend League überhaupt spiele. Und ich habe gerade eigentlich so Ideen, sage ich mal, an Teams, die ich gerne bauen möchte. Nur wenn ich selber die Weekend League nicht sicher damit durchspiele und zum anderen auch ihr davon nicht wirklich was seht, weil ihr dann einfach nur das erste Spiel seht von dem Team, dann bringt das irgendwie ehrlich gesagt nicht so viel. Dann könnte ich natürlich sagen, das kann ich ja ganz einfach beheben, indem ich die Weekend League streame, könnte ich mir auch mal wieder gut vorstellen. Ich denke, das könnte nämlich ein bisschen für Motivation auch sorgen und das macht dann auch mehr Sinn, wenn ich mit einem besonderen Team beispielsweise, welches ich gebaut habe, spiele. Nur kann ich das gerade einfach nicht sonderlich gut, weil anscheinend macht meine Leitung gerade grundsätzlich immer wieder Probleme. Ich habe immer wieder neben Disconnects, also das waren jetzt zwei Stück, die ich da bekommen habe, habe ich auch immer wieder das Problem, dass ich immer wieder auf einmal Games habe, wo aus dem Nichts quasi dann Packetloss ist oder irgendwie Pingspikes und im nächsten Spiel ist einfach wieder alles reibungslos und bei anderen Online-Spielen, die ich spiele, habe ich auch keinerlei Probleme. Also das scheint wirklich eine leitungsspezifische Sache zu sein, aber die vor allem auch nur bei FIFA passiert. Ein bisschen belastend und ja, dementsprechend weiß ich auch, dass Streamen, also eine Katastrophe wäre wahrscheinlich von der Connection her und dann hat mir da so ein bisschen die Motivation gefehlt zu sagen, yo, dann zeige ich euch jetzt oder dann mache ich jetzt hier irgendwie, so das meine ich halt, ich habe hier auch diese viele kleineren Sachen, deswegen sind es gar nicht so krasse Packs hier an der Stelle. Deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer, dann zumindest irgendwie vor jeder Weekend League eine Folge aufzuzeichnen, zumindest bei den letzten beiden Wochen, weil ich, ja, auf den ganzen Umständen, die ich gerade erklärt habe. Das wollte ich eigentlich auch nur mal so erklärt oder erzählt haben. Jetzt müssen wir mal hier schauen, welche von denen ich vielleicht auch schon doppelt habe. Oh, es sind gar nicht so viele, es ist keiner bis jetzt, der untradeable doppelt ist. Das ist ja schön. Okay, die können alle auf die Transferliste. Und ich denke, das wollte ich eigentlich erzählt haben, dann kann ich eigentlich euch jetzt vor allem nur die besten Sachen zeigen, wenn ich nicht noch irgendwas, wenn da irgendwas einfällt. Also gerade habe ich jetzt noch gar nicht erzählt oder erwähnt, Good Birthday in den Packs. Und das ist ja eine ganz, ganz ansehnliche Promo. Ein paar haben etwas Besseres, ein bisschen was Besseres erwartet. So von dem Team her fand ich auch ganz lustig. Ich kann nicht einmal so dann einfach kurz drüber sprechen, während ich weiter Packs aufmache. Ich denke, so ist das eigentlich auch ganz cool. Dann machen wir mal die Kleineren. Die sind eigentlich auch echt für die Katze. Wurde das Team announced, beziehungsweise es wurde geleakt. Announced ist nicht richtig. Es wurde geleakt, das Team. Und da haben dann schon alle gesagt, boah, voll die schlechten Spieler. Aber das ist so für mich etwas, was grundsätzlich irgendwie ein Problem gerade von Ultimate Team geworden ist. Dass es eigentlich fast inzwischen egal ist, was es für einen Spieler in der Promo schafft. Es sind sowieso einfach nur irgendwelche Fantasiestats, die die Spieler bekommen. Und effektiv steht da nur noch ein Name irgendwie obendrauf. Aber es steckt ein ganz anderer Spieler eigentlich sozusagen drin, weil der hat nichts mehr mit dem Spieler an sich zu tun, die Stats, die da quasi der Spieler hat. Und das finde ich irgendwie inzwischen, man hat irgendwie so eine Distanz und es gibt dann vielleicht irgendwelche Spieler, die sich über die Saison hinweg, oh, wir haben den Walkout. Das ist der erste Walkout heute. Wir haben irgendeinen Spieler, der sich, Sancho, der irgendwie über die Saison hinweg wirklich leistungsbezogene Karten sich erarbeitet. Ich sage mal erarbeitet. Das ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber erarbeitet sie sich. Irgendwie zwei Informs, dann nochmal irgendwie Champions League, Team of the Group Stage oder irgendwie sowas. Und dann hat der so pöpöpö sein Rating erhöht und dann kommt ein anderer Spieler, der hat die ganze Saison nichts gerissen, spielt wahrscheinlich gar nicht und dann bekommt er eine Promokarte und die ist dann nochmal besser als eigentlich diese leistungsbezogene Spezialkarte. Und da finde ich inzwischen einfach, also eigentlich die ganzen relevantesten, das muss man ja auch sagen, die relevantesten Karten so an sich, die gespielt werden, sind ja eigentlich fast nur noch Promokarten und keine leistungsbezogenen Karten. Sei es jetzt bei Ruben Nevis, der hat jetzt mal wieder dann einfach so eine Premier League Karte da bekommen. Auf einmal hat der dann eine 89, ja einfach eine 89, bekommt einfach eine 89. Okay, alles klar. Und das ist dann so Bruno Fernandesverschnitt. So und einfach auch so nichts, einfach weil er ausgewählt wurde. Und ja, auf der einen Seite wollen wir das, wollt ihr das, weil es irgendwie coole spielbare Karten sind, aber irgendwie gehen die Karten dann auch immer alle nur noch so in die gleiche Richtung. So von wegen letztes Jahr, eigentlich jeder Offensivspieler musste 5 Sterne Weakfoot haben. Dieses Jahr im besten Fall eigentlich jeder Spieler 5 Sterne Skills in der Offensive. Ansonsten ist er kaum zu gebrauchen. Ich finde Chancenarbeitung mit einem Spieler, der keine 5 Sterne Skills hat, schon erheblich schwerer. Irgendwann muss ich mal, glaube ich, um so ein bisschen diesen Umstand zu vermeiden, dass ich hier 83er Untradables abstoße, mal vielleicht 81-plus-SBCs mache, diese 81-plus-Player-Pick-SBC machen. Könnte ich ja eigentlich auch mal dann zwischendrin einstreuen. Und das finde ich dann inzwischen so, okay, dann werden halt Spieler geleakt von so einer Provo, wie es bei Footburster der Fall war. Irgendwie ein oder zwei Tage vorher waren die Spieler schon alle bekannt. Und ja, dann denke ich mir so halt, okay, gut, ihr findet jetzt die Spieler nicht so nice, aber ist doch im Endeffekt eh egal, ob das jetzt ein Hermoso ist oder ob das ein anderer Spieler ist. Das war mir schon zu dem Zeitpunkt klar, der Hermoso, der Hermoso ist an sich eigentlich auch relativ schnell, der wird halt hundertprozentig irgendwie 80-plus haben vom Pace her und dann irgendwie so einen soliden 80er-Bereich Def und Physis. Das war irgendwie von vornher hin klar. Und von dieser Kategorie Innenverteidiger gibt es halt jetzt schon zehn Spezialkarten, die genauso aussehen. Von irgendwelchen Spielern, das ist egal. So, keine Ahnung. Das finde ich irgendwie auch so eine Entwicklung, wo ich mich frage, wo soll es denn hingehen? Weil es wird ja nicht weniger, es wird immer nur mehr. Es wird immer nur mehr. Naja. Ich glaube, ich mache das jetzt so, da ich jetzt eigentlich, ich wollte darüber auch gar nicht groß und breit reden. Ich mache jetzt die beiden Packs hier noch auf, dann werde ich die 75-plus kleineren Dinge einfach so aufmachen und dann werde ich vielleicht mal, weil es jetzt doch ein bisschen viele von diesen Duplikaten werden, mal die 81-plus-Player-Pick-SPC, also der ist jetzt doppelt. Vielleicht mache ich es auch jetzt, ja, ich mache das jetzt einfach. Also, ich mache hier einen kurzen Cut, ich werde ein paar 81-plus-Player-Pick-SPCs machen und dann geht es hier gleich weiter. So, dann melde ich mich wieder. 15 Stück habe ich davon gemacht von diesen 81-plus-Player-Picks. Also, da ist jetzt ein bisschen was weggegangen an Spielern und es fängt stabil an dafür, dass das, also diese Dinger, die sind einfach total bastelt. Also, dass man jetzt einfach einen 85er rausgeholt hat. Ja, die sind bastelt, sage ich euch. Also, die Dinger, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Aber, einfach nochmal auch jetzt den ersten Food-Birthday-Spieler und 81-plus, aber man bekommt zwei 85er raus. Ich hoffe, so geht es weiter. Okay. Da hat man das Problem, dass man die quasi eigentlich gerade reingesteckt. Was ist denn los? Was ist das denn los hier? Das sind vier Stück von denen gemacht. Zwei Food-Birthday-Spieler. Sind jetzt natürlich nicht die absoluten Granaten, aber so ein Zambia, der freut sich ja gerade doch sehr, sehr großer Beliebtheit. Also, der Wahnsinn. Ich kann mich beim besten Willen nicht beschweren, dass das 81-plus ist. Okay. Ein 83er. Das ist immer noch eigentlich der Wahnsinn, was hier... Die Dinger sind so krass, ey. Ja, also ihr seht das. Den Varanen habe ich schon besitzt. Auch schon als Untradable-Spieler. Deswegen nehme ich jetzt dann Chesney, weil er auch das bessere Rating hat. Aber ich glaube, Varanen hat inzwischen auch den Wert von einem 86er-Abstoß, ne? Ja, also ich glaube, ich brauche dazu nichts zu sagen, was diese 81er hier abreißen. Also, diese 81-plus. Also, dass ich alleine schon zwei Foot-Birthday-Spieler bekommen habe, ist der Wahnsinn. Ja, in Joe Gomez. Okay. Na, jetzt beruhigt es sich so ein bisschen. Sind... Also, dass ich den schlechtesten bis jetzt mit dem 82er habe, ist echt schon mal stabil. Okay. Und jetzt ist der erste Doppelte dabei. Das ist natürlich... Das ist wirklich frustrierend, ja? So, wie viel habe ich denn jetzt da noch? Okay. Waren sie das? Na, ich habe noch zwei Stück. Sehr schön. Mal schauen. Okay. Also, das war jetzt der schlechteste von allen. Aber damit kann ich mehr als leben. und zum Abschluss haben wir da auch noch Muniain. Wahnsinn. Also, das ging natürlich richtig heftig los. Jetzt einfach dann zwei Foot-Birthday-Spieler jetzt schon mal hier mit dabei gewesen. Sehr, sehr nice. Und ansonsten halt auch durch die Bank sehr, sehr gute Ratings, wie ich finde. Also, das war jetzt schon mal echt stabil. Den habe ich, denke ich, dann auch doppelt so. Ich muss den jetzt irgendwie abstoßen, ne? Ich bin mir überlegen, wie ich das jetzt mache. Ich gucke nochmal, ob ich gerade welche hinbekomme. So, einen habe ich noch gemacht. Dann hole ich den Aitor rein und dann geht's... Also, die... Die haben echt extrem gut funktioniert. Die 81-Plus-Player-Picks. Drei Foot-Birthday-Spieler jetzt mit dabei gewesen. Und es waren 16 Stück davon. 16 davon und drei Foot-Birthday-Spieler. Jo, alles klar. Da könnte ich fast ein eigenes Team draus bauen. Jetzt habe ich auch noch genau 30 Packs gerade übrig. Und ich denke, ich mache dann jetzt... Boah, ich mache die mal hier gerade, diese 75er einfach schnell weg, ohne dass ihr es seht. So, wir haben ein bisschen aufgeräumt. Jetzt haben wir eigentlich nur noch etwas größere Packs und ich denke, ich mache jetzt hier einfach mal die beiden Seltener Gold-Packs. Und danach die Mega-Packs, denn da werden ja auch nochmal ein paar Non-Rare-Gold-Spieler drin sein, denn die brauche ich, denn ich habe jetzt wieder viele Rare-Untradables. Und damit kann ich dann wieder sehr gut die Player-Packs machen. Also so kriegt man dann auch ein bisschen, holt man jetzt noch ein bisschen was hier raus. So. Und da werde ich dann mich als nächstes, wie gesagt, auf die Mega-Packs stürzen. Die sind nämlich auch wieder untradable, weil sie eigentlich alle aus, ich glaube fast alle aus Division Rivals kommen. Das ist auch kein schlechtes Pack jetzt gerade gewesen. Im letzten Mega-Pack, in dem allerletzten von dieser ganzen Reihe, gibt es dann jetzt auch nochmal einen Walkout, nämlich Bernardo Silva. Also wirklich, der Reihe nach, ich dachte immer so, okay, also ein Walkout nach dem anderen nicht gekommen. Irgendwann, ja, und dann beim letzten. So. Sechs Stück habe ich nochmal davon jetzt gerade abgeschlossen von diesen 81-Plus-Player-Picks und wir machen einfach genauso weiter wie davor. Nämlich schön schnell vorne weggetreten. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Egal. So. Ja, gut. Hm. Hm. Ja, da muss man eigentlich Kurke nehmen. Ja, muss man. 85er nimmt man da natürlich mit. Hm. 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 Kann man auch immer mal gebrauchen, so einen Abschluss in Form. Haben ja gesehen, was da teilweise für Preise mehr rumgekommen sind. Jo, das waren jetzt die Dinger. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwo den Kurke reingebaut bekommen, weil ansonsten kann ich keine Packs mehr aufmachen. Weil ich glaube, den habe ich, ja, schon untradable doppelt. Ja, ich musste ein bisschen suchen, bis ich was Passendes gefunden habe. Es gibt zwar gerade schon ein paar Spieler-SBCs, die ganz interessant sind, aber haben mich jetzt nicht komplett umgeworfen oder umgehauen. Deswegen habe ich die Upgrade-SBC äh, die Upgrade-SBC hier für Team of the Week gemacht, wo ich dann, aber, ja, also, das aktuelle Team da, Team of the Week, ah, warte, das hätte ich sogar ansparen können. Egal. Nicht mal ein Walkout, ach du Scheiße. Ja, komplett reingeschissen. Hm, keine Ahnung. Ist auch egal. Ja. Ich, nein, 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 ach man, ist es nicht egal. Genau den, genau den einen, das ist der eine Inform, den ich jetzt hier schon habe. Das ist die eine Inform, den ich natürlich auch untradable abdoppelt. Ach. Ja, das ist mir jetzt zu blöd. Das ist mir jetzt, es ist mir wirklich einfach zu blöd. Also, ich habe, da jetzt kein Nerv für irgendwas, wo ich dann, ich denn eh nicht brauche. Also, so, der kostet auch nur 22.000, das ist mir dann auch jetzt egal. Also, irgendwo, irgendwo ist ein Punkt erreicht. Ne? Irgendwo eine Grenze erreicht. Wo es langt. Wo es einfach langt. So, jetzt haben wir hier noch drei seltene Megapacks. Die machen wir dann als nächstes. Oh, das startet gut. Es startet mit einem Walkout. Ich, es wäre jetzt so geil, wenn es einfach der Typ nochmal ist. Bamford. 84er in Form. Engländer. Das ist immer auch, oh, gut zu gebrauchen. Und den, den habe ich zumindest eben gerade weggetauscht als Duplikat, also beziehungsweise als untraded Spieler. Das ist praktisch. den habe ich auch schon doppelt. Ich finde gerade nichts, wo ich die reinstecken kann. So, das ist jetzt hier das finale Aufgebot. Diese Packs, da bin ich mir aber nicht sicher, ob ich alle Packs aufmachen werde. Denn, wenn ich jetzt merke, ich habe so viele doppelte Spieler die ganze Zeit, die ich dann auch abschlossen muss, dann werde ich die einfach irgendwann später aufmachen. weil so geil ist jetzt gerade das Foodbirthplay-Team auch nicht, als dass ich die jetzt hier unbedingt rausballern muss, sondern dann spare ich mir die einfach auf. und ja, ich glaube, mal schauen, wie ist jetzt, ja, die sind alle doppelt, beziehungsweise die hinten jetzt nicht, aber ich glaube, dann werde ich das Ganze hier wohlmöglich beenden. Okay, ich mache jetzt auf jeden Fall noch das 86 Plus Doppel-Upgrade-Ding hier auf. Also zwei Spieler, die 86 Plus geratet sind, weil, dass ich da jetzt jemanden habe, den ich doppelt bekomme, ist eher unwahrscheinlich. Es ist zumindest kein Foodbirthday-Spieler. Wir haben Argentinien, wir haben MS, das ist die Baller. Okay, 88, da kann man durchaus zufrieden sein. Und dazu noch Sergio Busquets. Und es hat sich zumindest das bewahrheitet, was ich auch gehofft habe, dass ich da jetzt keinen doppelten Spieler drin habe. So, und mit diesem allerletzten Player-Pick 81 Plus werde ich dann jetzt dieses Video hier beenden. Damit kommen wir dann hier zu einem Ende und das war doch nochmal ein solider Schlusspunkt, dass man nochmal einen 85er rausgeholt hat, den Depay. Und damit beende ich dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich mache mal ein bisschen was anderes, denn ich musste mal meinen Verein so ein bisschen aufräumen, was die Packs betrifft, aber auch die ganzen Player-Picks, die da im Weg waren und so weiter. Damit kann ich jetzt mal in Ruhe wieder weitermachen in dem Sinne und habe dann jetzt nicht so viel, was sich angestaut hat. Und dann werde ich mal gucken, wie ich es für die nächste Weekend League mache, ob ich da ein neues Team zeige. Wie auch immer, lasst euch überraschen und dann sehen wir uns bis dahin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das der Fall war, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.